Ist das nicht schöner Puderzucker? Ey, das sieht ja klasse aus. Eieiei. Das sieht richtig unwirklich aus, als ob du in einer Papierschnipsel runterschmeißt. Jetzt geht unser Prolet wieder los. Ist das nicht herrlich, so alle bunten Farben zu haben? Wolfsgrau, arktikweiß, solidblue. Blackface, black. Und nochmal was grau. So, und jetzt ist wieder nur noch Fizzelkram. Eben hat es richtig geil geschnallt. Das finde ich toll, Tally, dass du so lieb bist. Ja, das ist toll. Siehst du, ist doch viel schöner so, als sich gegenseitig auf den Sack zu gehen. Und Tally kann seine Rute auch wie ein Wolf halten. Jo. Dabei bist du eigentlich nur ein grauer Schäferhund. Nicht, Tallymally? Ja, Ohmchen. Easy, measy. Boah, irgendwie ist mir frisch.